Hey Leute! Willkommen zurück zu Zuma! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott, dieses Vieh, ne? Es verfolgt mich in meinen Träumen. Oh Gott! Oh Gott! Das hört nicht auf, Kinder! Das hört nicht auf! Was bist du denn? Das ist so ein Biest im Taucheranzug! Ich will nicht mehr! Verpiss dich jetzt! Ich hab genug mit dir gespielt! Ich werd mal ganz ruhig jetzt hier sitzen! Komm, irgendwann muss ich doch mal aufhören jetzt! Verdammt nochmal! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Lutschen! An der Faust lutschen! Oh Gott! 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 Ja, die hatte ich schon! Zentrale! Offline! Gemeinschaftsraum! Dafu? In der Krankenstation ist noch jemand. Da ist die Sau. Ok Leute, jetzt ganz cool bleiben. Ganz cool. Da haben wir einen Zettel. Baummuster im Strukturgel repliziert. Annäherung. C, U zum Zurücksetzen überladen. Warum mehr Gel als das Gel-Entität? Da, 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 da. Ihr könnt es selber lesen. Puh, das fie... Komm ab jetzt. Du hast Zentakeln im Gesicht. Oh Gott. Ach, die Türze. Ich möchte die... Warte auf! Warte! Warte! Mach zu! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Bisher, ich hoffe, dass das viel keine Leitern hochsteigen kann. Hallo! Ich höre die ganze Zeit Geräusche. Oh, meine Nase kitzelt. Was ist das denn? Oh! Tür verschließen. Ist immer gut. Oh Gott! Wow! Scheiße. Ich habe mich gerne noch ein bisschen umgesehen. Aber das kann ich jetzt vergessen. Die Living Quarters. Ne, Current Quarters. Irgendwas hat hier eben wieder geblitzelt. Habt ihr das gesehen? Wo bin ich denn hier? Ich meine, wo... Zur Hölle, wo warst du? Storage ist immer gut, ne? Mach, mach, mach. Boah, sieht's ja aus, so. John Cross. Ne, Ross. So, aber da. Es ist doch schon alles zerstört, Mensch. Es gibt nichts mehr. Vielleicht die Arche? Kann die Arche noch von der Wau infiziert werden? Also, dann ist echt die Kacke am Dampfen, du. Dann ist echt vorbei, ne? Geschlossen. Ist doch offen. Äh. Oh Gott, guck mal. Oh Gott. Das ist ein Mensch. Das war ein Mensch. Oh Gott. Und hier. Sieht aus wie ein riesiger Konkon aus Metall und Strukturgel. Oh, ist das widerlich. Ist das widerlich, Leute. Was haben wir da? Oh Gott, diese armen Menschen. Das waren die letzten Menschen auf der Welt, quasi, oder? Würde ich mal behaupten. Die letzten biologischen Menschen. Wie, ich bin nicht mehr. Wir können einfach nichts für ihn. Nein. Wir abs Pressen. Wenn wir eine R잖아, das war die Zeit, um rauszettet. Huh. Ich hätte nicht erwartet, dass es so Ende end ist. Ich sollte mich auf die Klammer zurückeeee auf Amikron geraden. Bein die Arche. Du hast, die Arche. Nein. You don't get to say that. It's the only thing left of value. You know that. Yeah, yeah. Promise you won't leave it behind. Well, I'll be dead one day. Then what? Well, better keep it safe until then. Don't want the wild to take it. Swallow it whole. I'm sorry, Catherine. It's okay, Ian. Just let it out. Let it all out. Squeeze me, Stressball. Oh, man. Die waren verzweifelt. Oh, God. Oh, nein. Oh, nein. schon Ist das da Iwaschkin? Angemeldet als Jasper Hill Täter, alles ist gut gelaufen Die gesamte Besatzung wurde gescannt und in der Arche gespeichert Laden jetzt das Shuttle nach Omikron Brechen so bald wie möglich auf Omikron, Iams und ihre Besatzung begrüßen uns mit offenen Armen Die Scans sind gut gelaufen Wir sollten jetzt die meisten haben Tau, wir haben bei Tau fünf überlebende Mitglieder gefunden Sie saßen hier monatelang ohne Funkverbindung und richtige Nahrung fest Wir haben sie zwar alle gescannt aber ich vermute, ihre Ankunft wird in der Arche zu Problemen führen weil sie sich von Omikron im Stich gelassen fühlen Ich hoffe nur, dass sich alle Beteiligten gegenseitig vergeben können P Die Scheiße ist am Dampfen Wir konnten nicht starten Geht zurück nach Tau, um den Grund dafür zu finden Ist das hier Iwaschkin? Oh Leute, das ist doch keine Existenz Was ist doch Scheiße hier? Oh Mann, diese armen Menschen Bathroom, Infirmary Dispatch Und Dive Room Oh Mann, oh Mann, oh Mann Ich hab mir das nochmal überlegt Vielleicht Vielleicht ist die Arche ja doch was Gutes für die Menschen Also die Menschen, die noch am Leben sind Also auch wenn's nur ein Gedanken ist Vielleicht können die dann Weiß nicht, noch ein bisschen ihr Glück finden Ich wollt's nicht Ich wollt nicht so weiterleben Also Als KI An Simons Stelle Ich weiß nicht Ganz oder gar nicht, sag ich da nur Dispatch Okay, was haben wir denn hier? Übertragung Oh Gucken wir gleich mal Comlocks Omikron Herber Eingang P Tsiolkowski Yoshida Türverriegelungen Ah Oh ne, dafür brauche ich einen Code Gott, dieses Geräusch eben hinter mir, ne? Krankenstation unbesetzt Aufgeschlossen Gewinner A, Ross, Joan Pi-Status Tunnelöffnung Instabil Pi-Bereich Startplatz okay Einsatzleitstelle okay Assembler okay Standort vollständig betriebsbereit Und Omega WK Die Weltraumkanone Ah Flexibles Geschützrohr 7290 Meter Nutzlast 10 Tonnen Geschwindigkeit 42.000 kmh Wow Ja, damit wollen sie eben Die Arche hochschießen Alles offline Lissabon Verbindung nicht herstellbar Cadiz Verbindung nicht herstellbar Scheiße Hallo Ich brauche auf jeden Fall eine Verbindung Also beziehungsweise eine Nummer für John Rosses Zimmer Haben wir da einen Code erhalten? Nein, wissen wir nicht Lass mich Ich will mich hier noch ein bisschen umsehen Ganz schlechtes Gefühl hierbei Ich werde, ich muss in die Krankenstation Oha Zur Hölle, es geht ja doch auf Okay Ich glaube da müssen wir später hin Mit der Arche vielleicht Wenn wir das machen wollen Die Arche in den Weltraum feuern Ich meine was Dann nehmen wir den Leuten halt nicht Ihre Illusion Dass sie so weiterleben können Irgendwann wird nämlich Dieses ewige Leben auch mal langweilig Und was ist, wenn sie dann nicht mehr wollen? Da sind's Tausende Jahre alte Menschen Die Erinnerungen von Menschen Die durchs Weltall treiben Und was haben die davon? Was haben die davon? Frag ich mich Das war's dann einfach Oder wie? Halt die Schnauze Machen, was ich will Ich muss den Code finden Für Rosses Büro Es tut mir so leid Das Ding Kann ich's irgendwie Beenden? Oh, diese Sensoren Das sind Augen Oh Gott Das ist furchtbar Das ist echt furchtbar Gehen wir zur Infirmary Das haben wir für eine Wahl Ne, warte mal Ich geh doch nochmal ganz schnell runter Zum Dive Room Ich wette mit euch Ich muss hier Sag die Zeit Zeit sagt gleich Ist vorbei Mal wieder Ich muss bestimmt da irgendwas platzieren Und das wird die Arche sein Keine Fracht erkannt Konfig Fehler Konfigurationsfehler Anbringen Ich sag ja Da brauchen wir auf jeden Fall Etwas was wir daran hängen können Und das kommt bestimmt hier irgendwie runter Compact Freight Lift Warte mal Kann ich von da irgendwas runter? Oh, die ganze Station bricht bald zusammen So, was tun wir da jetzt rein? Warte, ich fahre am besten gleich rum in die Infirmary Ist ja auch egal Ah, dieses Matschen die ganze Zeit Warum liegt da ein KZ rum? Was haben wir denn da? Nahrungsmittel Au, Agua Kaffee Dörfleisch Saft Miso Nori Nutrasub Milchpulver Shake Mahlzeiten Tee Getrockneter Tintenfisch Kleinfische Reparaturmasse Intravenös Die haben sich echt das Zeug hier gespritzt, ja? Man, äh Ja, kein Wunder, warum sie so wurden Das war die Verzweiflung Wahrscheinlich sind sie hier verhungert Ganz ehrlich, bevor ich hier verhungert wäre Alles leer Dass sie aber nicht zu Kannibalen wurden Wundert mich, ehrlich gesagt Geht auf jetzt Ich möchte gern wissen, was hinter dieser Tür ist Aber Leute, das werden wir wohl nächstes Mal erst herausfinden Ich danke euch wie immer fürs Zusehen Danke für eure Unterstützung Lasst mir ein Däumchen da Und schreibt mir was Nettes Oder auch nicht Naja, wir sehen uns wieder Zu Soma Bis dahin Bis dahin Bis dahin Bis dahin Add founded See